Beim Bundesliga-Auftakt kam es zu einem Wahrsskandal, der die Fußballwelt erschütterte und bei den Fans für große Aufregung sorgte. Der Vorfall ereignete sich während des Spiels zwischen zwei namhaften Teams und drehte sich um einen umstrittenen Elfmeter, der durch den Videoassistenten überprüft wurde. Diese Szene brachte die Technik des Videobeweises, die zur Verbesserung der Entscheidungsfindung eingeführt wurde, in die Kritik. Der umstrittene Elfmeter sorgte für erbitterte Diskussionen, da viele Fans und Experten der Meinung sind, dass die Entscheidung des Schiedsrichters nicht korrekt war. Die Unzufriedenheit wurde durch den Verlauf der Überprüfung durch den Wahr noch verstärkt, da der Eindruck entstand, dass die Technologie nicht ordnungsgemäß angewendet wurde. Die Entscheidung führte dazu, dass das Spielgeschehen erheblich beeinflusst wurde, was die Stimmung bei den Anhängern und in den sozialen Medien stark belastete. Das Drama rund um den Wahreinsatz verdeutlicht erneut die Probleme, die mit der Videobeweistechnologie verbunden sind. Trotz der Intention, gerechte Entscheidungen zu treffen, kommt es immer wieder zu strittigen Situationen, die die Diskussion über den Nutzen und die Genauigkeit des Systems neu entfachen. Kritiker bemängeln, dass der Wahr zwar dazu gedacht ist, Fehler zu korrigieren, aber in der Praxis oft neue Unstimmigkeiten und Unzufriedenheit hervorruft. In der Folge wurden zahlreiche Stimmen laut, die eine Reform des Systems forderten. Experten und Fans äußerten sich besorgt über die Auswirkungen solcher Kontroversen auf die Integrität des Spiels. Der Vorfall hat zudem die Diskussion über die Schulung der Schiedsrichter und die klare Kommunikation der Entscheidungen neu entfacht. Der Bundesliga-Auftakt wird so zum Brennpunkt einer Debatte, die sich um die Effizienz und Fairness der Technologie dreht. Die Verantwortlichen stehen nun unter Druck, Maßnahmen zu ergreifen, um die Technik zu verbessern und das Vertrauen der Fans in den Wahr wiederherzustellen. Der Bundesliga-Auftakt wird so zum shooters gegenüber den Bildern Boss, die einvermögen der Technik zu erd 210-101. Und dann soll man den Teil des Spiels auf die Junglaute gerät. Und dann soll man den Bildern sehen. Der Aussprache und die Schulung der Technik zu werden, der Rahmen der Technik zu erhalten. Und dann soll man den Bildern sehen. Daher bei der Richtern. Der Bundesliga-Auftakt ist auch geschlossen. Der Bundesliga-Auftakt wird so viel Geld und nicht mehr gegner�.